Was bedeuten die Wahlergebnisse in Österreich für Europa? Naja, das, was wir ja auch in den Ostländern in Deutschland gesehen haben, dass also eine rechte Partei mit Sprüchen wie Remigration offensichtlich ankommt bei den Menschen. Und das ist natürlich besorgniserregend. Die gute Nachricht ist, das sage ich als Mitglied der Renew, dass die Neos nochmal zugelegt haben. Also es gibt durchaus liberale Kräfte, die an unserer Seite stehen. Und was folgt daraus? Was muss Europa jetzt tun? Naja, wir müssen erstmal unseren Job machen. Ich mache Sicherheitspolitik. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, was um uns herum passiert. Und wir müssen natürlich losgelöst davon schauen, welche Ängste haben die Menschen. Und die scheinen ja ähnlich zu sein. Österreich, Deutschland, anderen Ländern. Die Ängste sind eben, wer kommt nach Europa? Können wir das steuern? Wir brauchen in Europa geordnete Migration. Ohne Migration wird unser Wohlstand nicht erhalten bleiben. Wir brauchen aber Ordnung. Und das scheinen die Menschen umzutreiben. Insofern müssen wir Antworten finden. Aber wir müssen natürlich auch klare Kante zeigen und auch dagegen halten. Weil, wie gesagt, Radikale, rechts oder links, die wollen wir in Europa nicht. Ja, es gab erkennbar einen weiteren Rechtsruck in Österreich mit dem Sieg der FPÖ. Man muss sagen, dass natürlich die Politik der Konservativen und die Rhetorik der Konservativen massiv dazu beigetragen hat, dass die österreichische Gesellschaft nach rechts gerückt ist. Was wir jetzt brauchen, ist anstelle dessen eine Antwort, die zum Beispiel lautet, wie Mieten bezahlbar bleiben, wie Lebensmittel zu bezahlen sind und die die Interessen der arbeitenden Bevölkerung ins Zentrum stellt. Und das sehe ich mit diesem Ergebnis leider überhaupt nicht gewährleistet. Ein Sieg einer antieuropäischen populistischen Kraft ist nie eine gute Nachricht für Europa. Die Schlussfolgerung der Parlamentswahl in Österreich ist klar. Antieuropäisches Benehmen kann nicht mit antieuropäischer Rhetorik bekämpft werden. Proeuropäische Parteien müssen jetzt zusammenfinden, eine Mehrheit bauen und Österreich im proeuropäischen Sinne regieren. Österreich ist ein in der Europäischen Union tief verankertes und verwurzeltes Land. Österreich hätte nichts von einer antieuropäischen Regierung zu gewinnen. Und was muss Europa jetzt tun? Wir haben gemeinsam mit der bisherigen österreichischen Regierung die für Österreich wichtigen Themen eigentlich entschieden angegangen. Migration wollen wir stärker bekämpfen. Wir haben jetzt bessere Regeln zur Bekämpfung illegaler Migration denn je. Die Stärkung der Wirtschaft ist in Österreich ebenfalls ein wichtiges Thema. Die neue österreichische Regierung muss das, was wir auf europäischer Ebene in den letzten Monaten zusammen mit Österreich, nie gegen Österreich beschlossen haben, praktisch umsetzen. Erstmal ist es natürlich ein bitteres Ergebnis, dass eine von ehemaligen Nazis gegründete Partei jetzt zum ersten Mal stärkste Kraft wieder in Österreich geworden ist. Ich glaube, das ist ein schwieriges Ergebnis. Aber gleichzeitig ist natürlich auch die Tatsache, es gibt nach wie vor eine prodemokratische Mehrheit in Österreich, die, finde ich, auch genutzt werden muss. Und ich glaube, es ist die große Frage, wie sich die Konservativen verhalten. Die Strategie, die ja auch der ehemalige österreichische Kanzler kurzgefahren ist, zu versuchen, sie mit der Regierung reinzubringen, hat gezeigt, das entzaubert die Rechtsextremen nicht. Es macht sie stärker. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sie das auch jetzt verstehen. Auch in Europa, ich erwarte da auch, dass die Konservativen in Europa, Frau von der Leyen, Herr Weber, ganz klar sagen, wir bekennen uns zur demokratischen Mitte und machen keine Experimente mit den Rechtsextremen, weder in Österreich noch in Europa. Zunächst mal kommt das Ergebnis ja nicht völlig überraschend. Wir haben in Thüringen und wenige Wochen zuvor in Sachsen ja gesehen, was den Bürgern momentan unter den Nägeln brennt. Und darauf müssen wir Antworten finden, egal ob in Sachsen oder Thüringen oder wie jetzt jüngst in Österreich. Es gibt absolut nachvollziehbare Abstiegsängste, die wir ein Stück weit wieder wirklich auffangen müssen. Europa muss wieder Wirtschaftskraft entfalten, um den eigenen Wohlstand auch langfristig zu sichern. Das bedeutet keine Abwendung von den Zielen der grünen Übergangsphase. Aber es muss eben eine wirtschaftlich sinnvolle und für die Bürger auch positiv nachvollziehbare Entwicklung sein. Da haben wir leider nicht überall den richtigen Weg gefunden. Wir haben aber jetzt neue Mehrheiten im Europäischen Parlament und können deswegen mit neuen Mehrheiten auch die richtigen Entscheidungen jetzt treffen. Das Zweite ist, für Österreich bedeutet es natürlich eine neue Situation. Es gab es noch nie in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Rechtsradikalen eine Mehrheit haben. Aber wenn die politischen Parteien der politischen Mitte jetzt gut zusammenarbeiten, gibt es überhaupt kein Problem, eine stabile Regierung zu bilden. Aber dieser Effekt der Brandmauer, der natürlich politisch richtig ist, muss jetzt auch in die richtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen überführt werden. Und wir haben ja mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem auch schon auf europäischer Ebene die Richtung und Entscheidung getroffen, um Flüchtlinge, die nach Europa zu kommen, soweit sie ein Bleiberecht haben, aufzunehmen. Aber soweit sie kein Bleiberecht haben, eben sofort wieder von der italienischen oder griechischen Küste zurückzuschicken. Und auch darin wird ein Schlüssel liegen, den wir jetzt gemeinsam nutzen müssen. Das ist erst zunächst einmal ein großartiger Wahlerfolg der FPÖ. Sie hat das beste Wahlergebnis in der Parteigeschichte erzielt. Und man kann schon sagen, dass Helbert Kickl hier das Erbe von Jörg Haider fortführt. Was das bedeutet, dieser Erfolg kommt ja nicht von ungefähr, der hat ja Gründe. Die FPÖ hat in den entscheidenden Fragen die richtigen Positionen vertreten. Sie ist für Remigration, sie ist für eine Festung Europa und sie ist auch für Frieden und Freiheit. Und das ist das, was die Menschen hören wollen. Während die anderen Parteien eigentlich nur ein Thema haben, nämlich den Kampf gegen die FPÖ und den Kampf gegen Rechts. Wir kennen das ein bisschen auch aus Deutschland und das interessiert die Menschen eigentlich nicht. Und dann wundern sich diese Parteien, dass es die FPÖ ist, die die Themen diktiert, die die Agenda diktiert. Ja, wer soll das denn sonst machen, wenn die anderen Parteien nur noch dieses eine Thema haben? Also von daher hoffe ich, dass da vielleicht ein bisschen Einsicht einkehrt bei den anderen Parteien und dass man endlich mal einen richtigen Fokus setzt, weil es um viel zu viel geht, als dass man sich die ganze Zeit in irgendwelchen Phantomdebatten, im Kampf gegen Rechts gehen könnte. Wir erleben das ja nicht nur in Österreich, wir erleben das in Deutschland und wir erleben das auch in anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, vielleicht findet da ein Umdenken statt.